dennis grüß dich hallo max so da sind wir ja jetzt hier genau in der schnittstelle vertrieb projektmanagement ja und jetzt treffen uns auf eine scheibe käse und reden mal über das thema was macht vertrieb oder projektmanagement eigentlich aus jetzt gibt es klare worte im endeffekt geben wir uns ja die hand du an vorderster front ich im endeffekt als projektmanager in der schnittstellenfunktion extern zum kunde aber auch intern was die projektbearbeitung abgeht bis hin zum projektabschluss ja das ist natürlich ein super reizvoller und vielseitiger job wenn wir wenn wir kundenkontakt haben uns vor ort beim kunden anschauen wie sie die beste technische lösung aus die wir unseren kunden bieten können wie können wir ihnen das leben einfacher machen gleichzeitig aber auch für einen reibungslosen ablauf intern sorgen mit allen schnittstellen die dazugehören software konstruktion produktion das ist immer wieder toll zu sehen wenn die maschine dann fertig da ist und du weißt genau es macht den kunden glücklich dann macht es uns auch glücklich was macht denn das blaue herz für dich aus das hängt für mich mit den menschen zusammen die hier arbeiten wir wollen den kunden begeistern mit unseren maschinen ja wir brennen richtig dafür und ich finde das ist das eigentlich das was das blaue herz verkörpert ich finde auch das was halt ganz ganz wichtig ist die zusammenarbeit diese zusammenhalt du fühlst dich einfach wohl und das ist für mich auch ein großer bestandteil des blauen herzens dass du dich wohl fühlst max was würdest du denn bewerber empfehlen was müssten sie mitbringen teamgeist gestaltungshunger und es fällt mir nichts mehr ein und das blaue herz natürlich auf jeden fall ich mach beides warum machst du beides also wir können ja auch gestaltungshunger haben mit unserer hightech liebe die kombination die macht es aus was hast du anrufe anruf ja anruf glaube auch da sind wir uns einig wir brauchen persönliche emotionen absolut richtig so macht spaß wenn ich jetzt das falsche sage wird meine frau mich umbringen ich mache immer beides ich habe geordnetes chaos das genie quasi das genau ja ich habe die ordnung meine frau wird da was anderes sagen aber auf der arbeit die ordnung pp du auch hier machen und sie welt wie der kunde sie bestellt dem ist nichts hinzuzufügen gut denn es jetzt haben wir uns hier getroffen auf eine scheibe käse was würdest du sagen ja wenn ich mich nicht schon hier beworben hätte hier arbeiten würde dann würde ich mich jetzt bewerben bis der bescheid gut macht's gut